Kumpelschiff 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 Das ist der höchste Punkt hier Ah ok Dann geht es dann jetzt immer wieder runter Wie viel ist das hier ungefähr mit 4? Wieder? 1600 ungefähr Der Müll ist wahnsinnig Um alles hier wegschmeißen Ja Der Rotor spiel ja auch noch Kumpelschiff Das ist aber schon zwei Begabachs Mal wieder vor Kumpelschiff 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 Ja So steil fahren, Fahrrad fahren, weil es ist nur noch weg und ich habe mich dann nicht angehalten. Ich hatte echt so ein kleines Baby, auch so was für ein Kleiner, ganz dran, ganz dran, ganz dran, mit vielen Babys. So ist es noch nicht. So ist es noch ein kleines Baby. So ist es noch nicht. So ist es noch ein kleines Baby mit der Aufmerksamkeit. Ja, wir sind schon in dem Regenwald hier. Ja, schön. Das ist interessant, dass Sie hier auf der Straße sitzen, die auch noch nicht im Wald sind. Was? Ja, also wenn es so grün ist, dann gibt es viel zu fressen in dem Wald, aber oft werfen die Leute hier auch schon von dem Holla was, also Kuchen oder sowas. Das mögen die lieber. Ja. Okay, warten wir schon richtig aufs Essen. Ja, guck, der steht. 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 Vang, der steht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020